Warnowskino Skalps, ein Symbol, eine Religion, Soldaten auf der Suche nach einer Frau. Sie sind bereit, alles zu tun, um sich zu finden. Aber diese Frau ist anders. Eine verzweifelte Flucht. Eine gnadenlose Jagd. Eine gnadenlose Verfolgung. Skalps, abtrünnige Überlebende des Bürgerkriegs kämpfen gegen friedliche Indianer. Ein Weißer, der die Rothäute hasst. Eine Indianerin, die nur für ihre Rache lebt. Die das gleiche Schicksal vereint. Skalps, ein Symbol. Skalps, eine Religion für die Indianer Amerikas. Er behandelt ihre Verletzung. Er beschützt sie. Skalps, ein Symbol. Er kämpft sie. Skalps, ein Symbol. Er kämpft sie. Skalps, ein Symbol. Er kämpft sie. Skalps, ein Symbol. Skalps, ein Symbol. Jetzt bei Bahnhof Kienkund. Untertitelung des ZDF, 2020